Bericht von Herrn Karnev zur Richtlinie über Industrieemissionen. Wir beginnen mit dem Vorschlag zur Ablehnung des Kommissionsvorschlags Änderungsantrag 284 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Entwurf des Rechtsaxt. Änderungsanträge des federführenden Ausschusses en bloc. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 16 in zwei Teilen. Erster Teil. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Zweiter Teil. Dafür? Dagegen. Enthaltungen? Angenommen. Änderungsantrag 17. Dafür? Dagegen. Enthaltungen? Angenommen. Änderungsantrag 26. Dafür? Dagegen. Enthaltungen? Angenommen. Änderungsantrag 44 in zwei Teilen, erster Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 58 in zwei Teilen, erster Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 65 in zwei Teilen, erster Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Jetzt kommen wir zu einigen namentlichen Abstimmungen. Änderungsantrag 175, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 182, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 223, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 224, eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 250, eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Jetzt einmal per Handzeichen. Änderungsantrag 292, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Nun wieder namentlich. 263, die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 300, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Damit kommen wir zum Änderungsantrag 293, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 304, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Entschuldigung. Namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 275, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 251, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsanträge. Änderungsanträge 252 bis 56, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. 264, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 53, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 265, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 266, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 257, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt Änderungsantrag 83. Wir kommen zum Änderungsantrag 87, namentliche Abstimmung. Sie ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt Änderungsantrag 276, wir kommen zum Änderungsantrag 94. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Damit entfällt Änderungsantrag 277, wir kommen zum Änderungsantrag 273, namentliche Abstimmung. Sie ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt Änderungsantrag 118. Wir kommen zum Änderungsantrag 267, namentliche Abstimmung. Sie ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 119, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 305, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfallen die Änderungsanträge 295 und 301. Wir kommen zum Änderungsantrag 274, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt der Änderungsantrag 161. Wir kommen zum Änderungsantrag 258. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das würde ich gerne checken lassen. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt Änderungsantrag 162. Wir kommen zum Änderungsantrag 166. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Damit entfällt 259. Wir kommen zu 260. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 278, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 294. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Artikel 1 Absatz 1 Punkt 25 und Artikel 70b Absatz 1 in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Der Änderungsantrag 279 ebenfalls namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Abgelehnt. Änderungsantrag 184. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 268, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Änderungsantrag 269, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Änderungsantrag 279, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Änderungsantrag 279, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Änderungsantrag 279, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 203. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Änderungsantrag 272. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 287, namentliche Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsanträge 282 und namentliche Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfallen die Änderungsanträge 219 und 221. Wir kommen zum Änderungsantrag 306, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 307, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt der Änderungsantrag 280. Und wir kommen zum Änderungsantrag 200... Oh, ich habe 226 noch nicht aufgerufen. Sorry, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. 226. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Damit entfällt der Änderungsantrag 280. Und wir kommen zum Änderungsantrag 227, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Sämtliche Änderungsanträge von 296 bis 236 CP2, 297 CP2 entfallen. Wir kommen zum Änderungsantrag 261. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. 289. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Damit entfällt der Änderungsantrag 5. Und wir kommen zum Änderungsantrag 262, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 290 und 299, namentlich die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Das war Ihnen allen so klar, dass Sie die Hände gar nicht mehr heben mussten. Bitte weiterhin die Handzeichen geben. Dankeschön. Es ist angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Vorschlag der Kommission in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Das Wort hat jetzt Herr Berichterstatter-Karnef. Herr Berichterstatter-Karnef. Ich will not take your time. Just ask the President to refer the matter back. The microphone is not working, I think. Is it? It should be working. I can't hear you. It is okay. So, Madam President, based on the result of the plenary vote, please refer back the matter to the NV Committee for Institutional Negotiations because, as I said yesterday on the debate, dialogue only starts now. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Damit kommen wir zur Abstimmung über die Rücküberweisung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Er enthält sich angenommen. Der Gegenstand wird zwecks interinstitutioneller Verhandlungen an den Ausschuss zurücküberwiesen. Und wir kommen zum nächsten Bericht, ebenfalls von Herrn Kollegen Karneff, zum Industrie-Emissions-Portal. Wir stimmen en bloc ab über die Änderungsanträge des federführenden Ausschusses. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich angenommen? Änderungsantrag 7. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich angenommen? Änderungsantrag 8. Dafür? Dagegen. Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 34. Dafür? Dagegen. Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 59. Änderungsantrag 307. Änderungsantrag 307. Namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Damit ist auch hier die erste Lesung des Parlaments abgeschlossen. Wir kommen zum Bericht des Kollegen Fugelsang. Energieeffizienz Neufassung. Vorläufige Einigung. Änderungsantrag 28. Namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet.